Bisher war nur der offizielle Name bekannt. Duden haben Electronic Arts und DICE erste Bilder und Informationen zu Battlefield 5 folgen lassen. Während eines großen Reveal-Events in London, das von US-Kabarettist Trevor Noah moderiert wurde, bekamen Fans der Reihe Einblicke in Setting, Grafik und Gameplay. Dabei präsentierten die Entwickler einige interessante Neuerungen, mit denen man sich von der Konkurrenz absetzen möchte. Nach einem kürzlich veröffentlichten Teaser kochten die Spekulationen beinahe über. Im Netz kursierten zahlreiche Vermutungen bezüglich des Settings von Battlefield 5. HUD und Charaktere des kurzen Videoschnipsels wurden bis ins letzte Detail analysiert und interpretiert. Seit kurzem ist nun klar, was die meisten ohnehin schon vermutet hatten. Der neueste Ableger der Shooter-Serie besinnt sich auf die Anfänger der Reihe zurück und entführt euch erneut in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Dabei wird es allerdings nicht die üblichen Bilder zu sehen geben. Es erwartet euch kein D-Day, auch kein anderes bereits bekanntes Szenario. Stattdessen möchte DICE neue Geschichten schreiben und auch einmal weniger bekannten Schauplätzen des Konflikts einen Besuch abstatten. Beim Enthüllungsevent im Herzen Londons kündigt der Produzent Andreas Morrell etwa Mission im zerstörten Rotterdam, in Norwegen oder in Nordafrika an. Wie der Vorgänger beleuchtet Battlefield 5 dabei verschiedene Einzelschicksale. Diese werden statt in einer durchgängigen Kampagne in episodenhaften Kriegsgeschichten erzählt. Auch in Sachen Gameplay gehen die Entwickler neue Wege. Allen voran wurde einer noch realistischeren Kampferfahrung mehr Aufmerksamkeit gewidmet. So hat in Battlefield 5 unter anderem die Umgebung einen stärkeren Einfluss auf euren Charakter. Figuren ziehen beim Sprinten durchs Wasser etwa ihre Waffe hoch und machen größere Schritte. Auf schlammigem Geläuf geraten sie hingegen gerne einmal ins Rutschen. Ähnlich wie Black Ops 4 verfügt der Titel auch über ein überarbeitetes Rückstoßsystem. Dadurch soll das Schussverhalten eurer Waffen nicht mehr so zufallsbasiert sein wie noch in den Vorgängern. Schüsse werden berechenbarer und der Umgang mit den Schießeisen lässt sich einfacher erlernen. Zudem hat DICE die Bewegungsmöglichkeiten eurer Soldaten noch einmal großzügig erweitert. Ihr seid nun in der Lage euch seitlich hinzuwerfen oder zu rollen. Das erleichtert die Navigation am Boden. Eine weitere Premiere ist, dass Rekruten nun sogar auf dem Rücken weiterkämpfen. Eine konsequente Neuerung findet ihr euch in Battlefield 5 doch des Öfteren auf dem Boden der Tatsachen wieder. Explosionen schleudern die Figuren jetzt heftiger zurück und der Bodenkampf ist oftmals die letzte Möglichkeit, sich noch vor dem sicheren Bildschirmtod zu retten. Zu guter Letzt ist die Umgebungszerstörung erstmals komplett physikbasiert, womit die Verwüstung noch einmal realistischer ausfällt als jemals zuvor. Granaten lassen Trümmerteile aus Fenstern fliegen, Panzer verwandeln gleich ganze Häuser in Schutt und Asche. Auch an die Patronendurchdringung wurde Hand angelegt. Für leichte Maschinengewehre stellen dünne Wände jetzt kein Problem mehr dar. Wer sich von so vielen Neuerungen zunächst erschlagen fühlt, kann sich im neuen Koop-Modus Combined Arms erstmal langsam an Battlefield 5 herantasten. Hier werdet ihr in zufällig generierten Vier-Spieler-Missionen ins Kriegsgeschehen eingeführt und dürft für den Multiplayer trainieren. In Missionen mit variierenden Aufgaben und Zielen macht ihr euch mit Klassen wie dem altbekannten Assault oder dem neuen Reckon vertraut. Zudem lernt ihr grundlegende Spielmechaniken kennen. In Battlefield 5 kann dank des Buddy-Revive jedes Squad-Mitglied einen verletzten Kameraden zurück ins Leben holen. Erstmals zieht ihr die Verwundeten dabei auch aus der Gefahrenzone. Im Gegensatz zu früheren Teilen dauern eure Wiederüberlebungsversuche jetzt aber länger und bringen weniger Gesundheit zurück. Solltet ihr doch mal das Zeitliche segnen, dann werdet ihr in der Nähe eines Verbündeten respawnt. Battlefield 5 schreibt das Teamplay also besonders groß. Was den Multiplayer betrifft, zeigt sich DICE unbeeindruckt, ob des aktuellen Battle-Royale-Trends. Stattdessen setzt das schwedische Studio mit den sogenannten Grand Operations lieber auf mehrstufige Meerspielerschlachten. Diese dauern gleich mehrere virtuelle Tage und bauen inhaltlich aufeinander auf. Springt ihr etwa am ersten Tag noch als Fallschirmjäger über Rotterdam ab und müsst ein Artilleriegeschütz ausschalten, liegt die Stadt am zweiten Tag bereits in Trümmern. Darüber hinaus wirken sich frühere Runden auf die darauffolgenden Tage aus. Dominiert eine Partei beispielsweise nach drei Tagen, endet das Gefecht abrupt. Bei ausgeglichenen Kämpfen verknappt das Spiel dagegen Respawn-Tickets und Munition. Im Battlefield 5 startet ihr nämlich nicht mehr voll ausgerüstet. Stattdessen müsst ihr mit Kugeln haushalten, euch an vorgesehenen Punkten mit Nachschub versorgen oder erledigte Gegner plündern. Dieser taktische Ansatz wird durch die Möglichkeit ergänzt, Barrikaden und Stellungen aufzubauen. So verfügt jetzt etwa jeder Spieler über die Fähigkeit, Stacheldrahtsäune, Sandsäcke oder Panzersperren zu platzieren. Mit Jeeps lassen sich zudem stationäre Geschütze über die Karte bewegen und eigene Festungen errichten. Damit die Kämpfe auf lange Sicht motivierend bleiben, hält Battlefield 5 ein neues Ausrüstungssystem parat. Fürs Spielen erhaltet ihr XP und schaltet damit neu individuelle Gegenstände frei. Mit diesen verleitet ihr Waffen und Fahrzeugen eine persönliche Note und optimiert sie für eure Spielweise. Gegen Echtgeld könnt ihr zusätzlich kosmetische Objekte und Accessoires erwerben. Das ist allerdings die einzige Stelle, an der euch die Entwickler ingame zur Kasse bitten. DICE verabschiedet sich nämlich vom bewährten Konzept des Premium Paars. Alle Zusatzinhalte erscheinen künftig gratis. Ihr dürft euch also regelmäßig über kostenlose Bonusaufgaben, Updates und Events freuen, die der Tides of War getaufte Live-Service umfassen wird. Es scheint so, als hätte Publisher Electronic Arts aus dem Lootbox-Desaster von Star Wars Battlefront 2 gelernt. Mit all diesen Änderungen setzt sich Battlefield 5 merklich von der Konkurrenz ab. Im Kontrast zu Call of Duty verzichten die Entwickler auf ein Zukunftssetting oder ein Battle Royale auf Kosten der Solo-Kampagne. Der große Paukenschlag bleibt zwar aus, das schwedische Entwicklerteam DICE zeigt sich weniger mutig als die Kollegen von Treyarch. Bei der Umsetzung seiner Ideen ist es aber ebenso konsequent. In seinem neuen Werk baut das Studio auf eine enge Verknüpfung von Einzel- und Mehrspielerinhalten. Das Ganze wird durch schlüssige Gameplay-Veränderungen ergänzt. Die viele Detailarbeit und frischen Möglichkeiten, gerade im Bereich des Squad-Systems und Bodenkampfes, sehen vielversprechend aus. Es wird interessant zu sehen sein, wie sich die Shooter-Marke bis zum Release im Oktober noch weiterentwickeln wird. Und ob uns tatsächlich ein rundes und abwechslungsreiches Spielerlebnis erwartet. Wie ist denn euer Eindruck von Battlefield V? Kann der Titel mit der Konkurrenz mithalten? Diskutiert in den Kommentaren gerne mit. Alle weiteren Infos zu EAs Neuest im Action-Shooter findet ihr zudem auf pcgames.de.